Hallo und willkommen zurück meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortress, der Steam-Version. Was macht ihr hier? Wieder Make-Believe spielen? Ich hoffe mal, das wird auch demnächst gefixt. Zwei Ledersäcke. Schuhe und alles mögliche. Ja, was wollen wir eigentlich noch machen? Großartig in diesem Fall. Also ich habe beschlossen, dieses Fall jetzt noch diese und nächste Aufnahme-Session laufen zu lassen. Da sind wir so bei 105 Folgen und damit bei etwas mehr als 35 Stunden. Also wenn ich 105 durch drei teile, kommt man auf 35, aber da ich immer ein paar Minuten oder die Minute so mehr aufgenommen habe und nicht genau nach einer Stunde aufgehört habe. So, wir sind hier schlachten, bist aber verdammt langsam. Da kämpfen immer noch Hunde miteinander. Und da... Und da... Und da... Und da... Und da... da wurde wieder ein kid geboren und hier ist nur noch ein einziger fleck unterwegs hier ist ja immer noch wasser aber ich habe doch alles hier dichtgemacht oder ja die merchants liefen zu immer noch hunde beim kämpfen dann gehen wir mal hier ein bisschen auf grabe tour wir haben wieder depressive zwergenkinder keine migranten und auf der engineer with dwarfs from society sagen also wir haben immer mehr wütende zwerge sagen also wir haben immer die er Und wir haben hier einfach Mischkisten. Mischkisten. Ein X-Bow is hunting? Oh, mal was ganz Neues. Mandat wurde beendet. Und er cancelt den Hand, weil er keine Munition mehr hat. Und er cancelt den Hand, weil er keine Munition mehr hat. Aber so wie es aussieht, trocknet jetzt hier alles endlich. Oh, mysteriöse Konstruktion im Mechanics Workshop. Was baut er denn? Iron Bar, Slime Zone, Alpaka-Woolclaw, Tower Cap Locks, jede Menge Cut Gems. Sogar Love Gems. Huh. Wir hörenalungen. Wir sehen uns auch noch. Wir sehen uns dann im działalšíрасen. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns jetzt. jetzt bin ich mal gespannt was der da produziert work secretly Mal gucken, ob wir hier beim Stripminer noch was finden. Shedrodder, a shell mechanism. He claims it as a family hire loom. Okay. Der Hunt wieder, der ist Mechanic geworden. Ja, ist gut, der ist ja eh Ingenieur. Dwarven Child is fighting. Alman... auf alma dienst das sind also wieder irgendwelche gems oder ja könnte übrigens unserem jam cutter mal wieder einfach mal ein dauerauftrag geben wir haben ja sehr viele gems gerade die einfach mal geschliffen wobei dauerauftrag ist nicht so gut wir brauchen ab und zu noch mal war gems für tantrums und ja ich gebe zu mein strip meiner ist ziemlich wild eigentlich und okay wir haben ein bonnet letter der nicht zufrieden ist wir haben dwarven child noch ein dwarven child noch ein dwarven child was ist denn so deine probleme und das eine dwarven child kämpft jetzt gerade gegen meinen engineer auch gut masterpiece wurde gekocht ist auch gut hier sieht eigentlich alles auch in ordnung aus dining halls sehr viele bedrooms tomes meeting area Achso, das ist die offene Dining Hall, ja. Wo alle anderen essen können. Aber hier habe ich, glaube ich, einen Priester. Ja, hier habe ich einen Priester eingesetzt. Was ist mit hier? Ja, der hat keinen Priester, weil das ja eigentlich ein Tempel für alle ist. Gucken wir uns nochmal die Leute so an. Hm. Labor. Aber, ah, they are bone and leather. Knowledge. The Communion of Sheens. Haben wir nicht den Tempel der Communion of Sheens geweiht oder ist das eine andere? Ne, das ist Communion of Sheens, ja. Und wird von einem Farmer geleitet. Ne, wir haben Rosenquartz gefunden. Yippie. Ich glaube, wir müssen dann noch weiter runter als das hier. Das heißt, wir gehen am besten nochmal fünf Ebenen tiefer. Morion. 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 Da oben haben wir auch Morion entdeckt. Hm. Erze. Jede Menge Almandien. So, jetzt machen wir mal ordentliches Strip Mining. Okay. 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 So, jetzt machen wir jetzt ganz genau die Nachmittlung. Und jetzt machen wir uns dann kurz, bitte. Okay. Wir sind einmal raus.